Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin heute in Prag und hier ist eine Uhr, die bald schlagen wird. Also bald ist die volle Stunde erreicht und ich habe gerade gehört, dass wenn die volle Stunde um ist, dass die Uhr nicht nur schlägt, sondern sich auch dort etwas bewegt. Da werden sich wohl Statuen bewegen und hier sind ganz viele Leute versammelt und die Leute warten alle darauf, dass die Uhr schlägt. Ich habe gehört, das heißt Oloi und diese Uhr ist sehr berühmt, eine astronomische Uhr. Und ich habe hier Störnehmern. Ah! Hört ihr, wie die Uhr gerade schlägt? Ah, hier! Da bewegt sich was. Da oben. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, die beiden Statuen rechts und links bewegen sich. Okay, bis später. Tschüss!